Hallo erstmal. Super. Ich bin der Lars. Ich bin der Ander. Wir sind Mundstuhl. Sieht man ja. Lars hat seine richtige Brille nicht auf. Das ist normal. Das ist so ein bisschen dicker. Wir sagen hier Daumen hoch. Bürgerhaus Merfelden. Wirklich ein ganz tolles Haus hier. Wir spielen hier sehr gerne. Immer wieder gerne. Seit Jahren. Einfach toll. Daumen hoch. Wir sind hier in Mörfeld-Walldorf, für die, die es noch nicht wissen, und hier rockt das Haus dermaßen. Ich freue mich, so wahnsinnig hier zu sein, das glaubt ihr gar nicht. Hallo, wir sind Basta, Grüße, wir sind in Mörfelden gleich im Bürgerhaus, haben da ein Konzert, freuen uns riesig darauf und hoffentlich kommt ihr das nächste Mal auch alle wieder. Tschüss, bis bald. Bis bald. Ich bin hier im Bürgerhaus und es ist wunderbar, das ist ein super Publikum und ich wäre gerne bald wieder da. Dankeschön. Hallo, wir sind Canadian Brass, ich bin Chuck. Ich bin Chris. Ich bin Bernard. Caleb. Achilles. Wir sind so glücklich, dass wir hier in Mörfelden sind. Wir sind ein Teil unserer Europäische Tour, tournend unser brand-new CD, Perfect Landing. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Bis bald. Bis bald, bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Das wäre ja auch schon immer sein Traum gewesen, einmal in seinem Leben nach Mörfelden zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020